Also eine Sache steht fest. Ohne diese Automaten wären wir aufgeschmissen, oder? Ja, dann hätten wir uns den Schweiß getrunken. Gepriesen seien die Automaten. Ich würde dann einfach mal sagen, bis gleich hin, ich grüße Arthur. Und ich grüße meine Mossa. Wenn wir schon dabei sind, können wir direkt mal Michi fragen, wie es eigentlich bei dir aussieht. Ich grüße Michi. Michi, wie sieht es bei dir aus? Wir schauen nur live zu Michi. Ja, willkommen ja live aus Washington. Wie ihr seht, wir sind gerade am Franklin Square in Washington DC. Ja, heute geht es zurück nach Europa, nach Frankfurt. Letzter Tag heute. Die letzten Tage waren atemberaubend und auch wirklich sehr heiß. Ich hoffe, bei euch in Japan ist es ähnlich. Die letzten Tage auch in New York und Miami konnten wir wirklich sehr viel erleben. Gestern noch das Weiße Haus besichtigt und Kapitol. Aber auch in den anderen Tagen ein paar Memorials wie Lincoln Memorial oder George Washington Junior Memorial. Alles wirklich sehr geil hier. Ich bin froh, wenn wir nächstes Jahr wieder, dann auch zusammen, komplette CMOX Team in den USA sind. Aber diesmal dann die Westküste und nicht die Ostküste. Und ja, damit gebe ich zurück live nach Osaka zu euch. Und wieder zurück bei uns. Mittlerweile in Kurve. Kurve. Was ist das? Kurve ist jetzt in Kurve. Ich dachte, du meintest jetzt, was ist Kurve? Kurve ist nicht nur ein Stück Fleisch, sondern eine Stadt. Was ist das? Der erste Ort, den wir jetzt hier besuchen, ist die Kurve Brücke. Oder wie auch immer die heißt. Das ist die Brücke, die das Festland Kurve mit Port Island verbindet. Was ist das Port Island? Heißt die Port Island Brücke? Kurve Port Island auch. Ja, irgendwie so. Einige von euch werden die Brücke kennen. Aus diversen Anime-Serien. Für andere ist es einfach nur eine Brücke. Aber wir kennen sie. Deswegen besuchen wir sie als erstes. Das ist hier in Kurve. Generell mit vielen Orten. Also es gibt die Brücke. Es gibt zwei Gebäude. Sämtliche Straßen. Eine Kirche. Und das ist alles aus dem Anime Fates the Night. Beziehungsweise Fates Zero. Unter dem ganzen weitem Felduniversum. Das ist unglaublich. Da ist aber frei. Da ist es ja voll. Und das ist so, dass wir die Brücke. Doch die Brücke ist. Und da ist die Brücke. Das ist so, ich weiß, wir. Und das ist es so. Da ist es so. Und da ist, da ist so. Ich bin Skip. Dann sollte ich das sein. wäre es aber schön. Das ist es nicht so. Und da ist so, ich bin wir. Da ist es so. Also ich habe gerade keine Ahnung, wo die anderen abgeblieben sind, die habe ich irgendwo da hinten verloren, aber das hier ist die besagte Brücke. Wenn man die Animes dazu kennt, ist das schon geil hier zu sein. Station 2 in Kuba, ein bodhistischer Tempel und einige wissen auch hier wieder, dass welcher Tempel das genau ist, aus welchem Anime, so betreten wir jetzt mal den, im Anime heißt der Riyodo Tempel. Ich würde jetzt zwar nur gerne zur Präsidenz, wo die beiden Hauptcharakter erleben, aber ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass das mal eben ist, über eine Stunde nochmal von hier aus weg, gehört immer noch zur Kuba, aber eine Stunde hin, eine Stunde wieder zurück, plus dann halt komplett nach Hause, ist viel zu weit leider. Da brauche ich mir etwas mehr Zeit und am besten auch ein Auto, aber naja, stattdessen geht jetzt nochmal ins Land Kuba in die City rein. Hallo! Wir sind jetzt gerade hier im Kobe-Restaurant, 100% Kobe Fleisch und sowas. Das ist jetzt schon unser zweiter Gang. Der erste Gang waren drei Portionchen von verschiedenen Steaks, das eine hat, glaube ich, ein bisschen nach so einer normalen Bulette geschmeckt, so Frikadelle. Und wir haben jetzt irgendwie das mit Kobe und Umut haben schon mal angefangen. Ah ja, wir sind natürlich sehr extravagant. Und jetzt ist irgendwie so eine Art Kobe-Flecht, ich probiere es mal, also Umut stöhnt schon rum. Mach das nicht. Das ist Verschwendung, sieht man das. Das ist ja wieder wie auf der Dschungel, ne? Auf dem Fall. Warte, vielleicht auch sagen, wie viel man so dafür bezahlt? Nein. Es reicht, wenn man das in der japanischen Herung nennt. Zu viel. Okay, jetzt fangen sie da zu schweigen. Man muss alles essen, weil sonst, das muss alles bis auf den letzten Mal. Ja. Das ist einfach. Aber die Hauptspeise kommt doch, ne? Ja, das sind nur die Vorreden. Nein, das war die Hauptspeise. Das ist einfach. Keine Ahnung, wie viel jetzt geben wir jetzt aus? Über 100 Euro. Oder um die 100 Euro. Ja, über 100 Euro. Für 120 Gramm. Guck mal, das kostet, glaube ich, 1.800 Yen. Wenn du die B, also nur die Vorspeise, die wir dann essen. Das kostet 6. Ja. Und das andere kostet, glaube ich, 1.800 Yen. Das andere kostet, glaube ich, 1.800 Yen. Das kostet, glaube ich, 1.800 Yen. 12.000 Yen oder so. Ich frage mich gerade, was das ist. In der kleinen Barriere. In der kleinen Barriere. Das ist ja Premium. Wir haben auch eins der besten, also, wir haben gesagt, das ist eins der Premium-Stack. Das haben wir gesagt. Zwinker. Wissen, ich mag keinen Salat. Ist zwar teuer, aber ich mag keinen Salat. Ist einfach so. Legs auf mal Speise. Und dann kommt der Hautgang. Ja, gar nicht. Nein, er filmt. Du musst uns beide jetzt filmen. Ja, wieso muss ich euch beide filmen? Ich filme uns alle jetzt gleich. Nein, das ist Scheiße. Das ist schon zu kälter geworden. Was sagen Sie zu Ihrem Dinner? Guck mal, ich weiß, was das ist. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. Ich muss das nicht. So, Unmut. Ich muss das nicht. Ja, was ist los? Was sagen Sie zu Ihrem Dinner? Guck mal, ich weiß, was das ist. Jetzt jetzt wegschmeißen will. Ja, genau. Das ist für mich zurückkommen. Das ist für mich. Also, das erste Mal dafür so wichtiges knapp... Ne, 100.000? Äh. 100.000. Ich meine 100 Euro. 100 Euro, ja. 180 Euro. Also, das ist jetzt das erste richtige Kuchenfleisch, wenn ich noch... Und so andere. Ja, das muss ich jetzt auch mal kurz filmen. Ach ja, war ganz so schön. Ach ja. Ach ja. Also... Ach ja. 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 Machen wir das denn. Okay. Ach ja. Jetzt kriegen wir hier. Ach ja. Bitte. Ja, bitte. Du bist jetzt noch eins. Ich bin ein bisschen froh. Ich freue mich. Kove B, B. B. Kove B. B. Kove B. B. Okay. Okay. Kove B. B. Kove B. Kove B. Ich weiß nicht, was da steht. Kove B und die Baltische. Danke. Kove B und Christian ist hier. Was? Ich wollte dir mal die Schatte zeigen. Kove B. 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 Kove B.